Hallo liebe Schüler, schon lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe es geht euch gut. Nun sehen wir uns wieder. Ich habe eine Frage, Nadja. Was ist eigentlich heute unser Thema? Hallo liebe Schüler, hallo Caroline. Ja, das ist unser Thema. Wir sprechen heute über das Wetter und ich freue mich mit euch wieder dabei zu sein. Gut, wir wiederholen heute mit Caroline die Lexik zum Thema und spielen ein bisschen. Also, los geht's! Ja, und die erste Aufgabe, liebe Caroline, du siehst jetzt sieben Bilder. Wähle bitte ein Bild und sage bitte dann, warum. Ich wähle das Bild Nummer 4, weil ich habe jetzt nicht solche Lust auf Nummer 5, weil das sind Tagekörner und bei uns hat es heute schon geregnet, wegen dem lieber nicht. Und Nummer 3 ist ja fast das gleiche, bloß das will ich auch nicht. Regen ist nicht so mein Ding. Und Nummer 2 und Nummer 6 schneit es sehr arg. Und aufs Schnee habe ich jetzt auch keine Lust, weil es hat ja, so lange war es ja Winter bei uns. Nummer 1, Regenbogen. Ja, das ist auch irgendwie schön. Aber nein, das ist kein klarer Himmel. Und einmal soll es ja richtig schön sein. Nummer 7, da ist es sehr nebelig. Dann will ich es auch nicht. Also Nummer 4 passt zu mir am besten. Welches Bild passt zu euch? Okay, Caroline hat das Bild Nummer 4 gewählt, aber du hast so schnell geredet, dass unsere Schüler kaum was verstanden haben. Deswegen schlage ich vor, wir lernen zuerst die Lexik. Gut, wir lernen die Lexik. Wie ist das Wetter heute? Es ist sonnig. Ein super Wetter haben wir heute. Und jetzt du. Die Sonne scheint. Schönes Wetter heute, nicht? Und jetzt du. Es ist sehr warm. Puh, ist das heiß. Es ist heiß. Eine Affenhitze haben wir heute. Eine Affenhitze haben wir heute. Und jetzt du. Es ist schönes Wetter. Ein richtiges Bilderbuchwetter. Es ist schönes Wetter. Ein richtiges Bilderbuchwetter. Und jetzt du. Es ist leicht bewölkt. Hm, nicht mehr so schön wie gestern. Leicht bewölkt. Und jetzt du. Es ist stark bewölkt. Heute gibt es sicher noch Regen. Und jetzt du. Es ist bedeckt. Ziemlich grau heute. Und jetzt du. Es regnet. Schlechtes Wetter ist heute. Und jetzt du. Es ist regnerisch. Und jetzt du. So ein Sauwetter. Und jetzt du. Niederschläge. Mistwetter. Starke Regenfälle. Es gibt ein Gewitter. Was für ein schlechtes Gewitter. Was für ein schreckliches Gewitter. Was für ein schreckliches Gewitter. Es blitzt und donnert. Das Unwetter. Es schneit. Das ist eine Kälte. Die Schneefälle. Ruhe, das ist kalt. Und jetzt du. Es ist Nebel. Oh, das wollte ich aber nicht. Ich habe ja Neblick, Neblick geschrieben. Aber es heißt eigentlich Neblick. Mit einem G hinten. Und nicht mit I-C-H. Also, wir wollen weitermachen. Es ist neblig. So ein Nebel. Bitte wiederhole es. Der Nebel. Man sieht ja kaum die Hand vor den Augen. Starker Westwind. Ziemlich windig heute. Winde aus Westen. Ein Wind ist das heute. Bitte wiederhole. Es ist stürmisch. Bitte wiederhole es. So, und jetzt finde bitte die Assoziationen. Assoziationen. Zum Beispiel. So, ne? Scheinen. Und jetzt du. Gut. Du kannst es auch weitermachen. Es regnet. Nein, Nadja. Die Wolken fallen. Und jetzt spielen wir ein bisschen. Wie ist das Wetter? Es ist sonnig. Mir ist heiß. Wie ist das Wetter? Es schneit. Mir ist kalt. Wie ist das Wetter? Es ist windig. Hilfe! Es schneit. Mir ist kalt. Es ist windig. Hilfe! Danke! Danke! Ja, du weißt doch, wie mit mir das Spiel spielen. Also, du wählst ein passendes Bild zu dem Wort. Es ist falsch, Caroline. Suche bitte weiter. Es ist sonnig. Nein, falsch. Es ist sonnig. Ja, das soll richtig sein. Ja, es ist sonnig. Es regnet. Und. Das ist richtig. Gut, Caroline. Hast du verstanden? Dankeschön. Es ist heiß. Versuch bitte mit diesem Spiel. Aber sei bitte vorsichtig. Hier muss man sehr schnell reagieren. Warum geht es nicht? Es schneit. Klicke auf das Männchen. Yahoo! Es ist kalt. Kommt auf die große und... Es ist heiß. Kommt auf das große und klein. Schreibe ich auf. Es ist sonnig. Es schneit. Yahoo! Es ist kalt. Regnet es? Es ist sonnig. Ja, es... Windig. Regnet. Schneit. Sonnig. Windig. Gut. Wir starten das neue Spiel. Nein, es... Und das Mädchen sucht... Es... Ist es sonnig? Und der Junge sucht... Ja, es... Nein, es... Windig. Regnet. Ist windig. Schneit es. So gut gemacht. Jetzt weiter. Nächste. Ja, es... Ist es sonnig? Windig. Regnet. Schneit. Richtig. Ist es windig? Gut gemacht. Nächste. Ja. Und jetzt suche bitte. Es ist windig und nicht sehr warm in Berlin. Ja, es ist schneit. Dankeschön. Gut gemacht. So, liebe Caroline, du musst es jetzt sehr aufmerksam hören, was Moderatorin sagt und aufschreiben. Okay? Geht's los. Es regnet in Dresden. Es sind 18 Grad. Hast du falsch geschrieben. Ja, windig. Gut, korrigiere bitte. In Magdeburg ist es sehr heiß. Das ist richtig. Es sind noch 32 Grad. Schreibe bitte. Ja. Hast du verstanden? Gut. Sehr gut, Caroline. Dankeschön. Und zum Schluss lesen wir die Sätze und rate mal. Was für eine Jahreszeit ist das? Welche Jahreszeiten sind das? Die Blätter fallen von den Bäumen. Es ist oft regnerisch und es kann windig sein. Die Tage werden kühler. Es ist Herbst. Dankeschön. Dann schreibe bitte. Dann schreibe bitte. Du schreibst sehr schön, Caroline. Herbst. Hörst du, wie der Regen? Ja, das ist Gewitter. Sehr schön. Es ist sehr heiß und manchmal auch schwül. Die Leute gehen gern an den Strand und schwimmen. Es ist richtig, der Sommer. Im Haus ist es sehr warm, aber draußen ist es sehr kalt. Es scheint und es bläst. Im Haus ist es warm, aber draußen ist es sehr kalt. Es schneit und es bläst und es gibt nicht so viel Sonnenschein. Es ist, richtig, Caroline, Winter. Es ist langsam wärmer, der Regen fällt und die Blumen blühen. Das Gras und die Bäume sind alle grün. Es ist, na, sage bitte. Frühling. Ja. Frühling. Ja, der Frühling. Ja, blühen. Der Frühling. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dort unten steht die Hausaufgabe. Dort müsst ihr anklicken und da ist eure Hausaufgabe zu finden. Dankeschön, wirklich. Und unser nächstes Thema ist Reisen und Ferien. Dankeschön. Dankeschön.